So, hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4, die Verlockung des Abenteuers. Oh, fast runtergefallen. Das war nicht der Plan. Ah, da geht's auch nicht runter. Hoch und rüber. Oh, wow. Ziemlich rutschig. Ich lasse mich ran. Ah, der Kleine kann aber gut kledern, was? Falscher Weg. Falscher Weg, ja. Danke. Hä, hallo? Ah, das ist halt so. Kamera Hilfe unter Option. Kamera Steuerung. Alles klar. Wollen wir da mal reingucken, was? Still und leise. Na? Still und leise. Ist hier irgendwas? Da geht's nicht weiter. Tür zu. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu haben? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, in den Ort zu gehen. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede bald. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Gut versteckt. Abgeschlossen. Wollen wir die mal lesen? Irgendwie brauche ich doch jetzt bestimmt einen Schlüssel. Nochmal. Die Akte. Ah. Gute Nacht. Gute Nacht. Nathan. Jetzt gibt es Ärger. Ah. Bin auf einmal tot, oder was? War auch nicht schlecht. Jetzt macht die sich erst mal eine Kippe an. Ja. Aber dann? Ah. Komm, verschwinde. Komm, verschwinde. Ah, das war noch. Ah, das war. Aha. Geh! Komm, ganz vorsichtig. Hä, was ist denn das? Puh, erschrocken. Nicht zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich nur von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind und Mom ist in der Hölle... Nathan, Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay. Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Es kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Es ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm. Hier. Gib mir die Hand. Hol dir die Schwester hinzufügen. Ziemlich leer. Hier sind alle hinten. Das war ein Bibeltreffen. Äh. Hier erinnere ich mich. wie geht das Pater Daffy er ist der einzige nette Kerl hier sag ihm doch mal hallo ne, ich hab ne Lust auf Schuldgefühle warte doch mal nein fuck oh, Glück ab ja, geht doch das war leicht ja und abgeschlossen na klar verdammt kein Türkeil doch schon naja, das dachte ich jedenfalls nein, ist auch egal dann geht es ab nach oben nach oben? einfach mir nach genau so und jetzt geht es ab nach oben hast du das schon mal gemacht? ein oder zweimal hier, komm schon du bist dran na, was ist hä? ach so ah, ok und was hast du so gemacht? gearbeitet gehst du noch mit diesem Mädchen? ja am besten ähm, ja, aber nein nein so, klappt das nicht und Schlamm, ohhh denk nicht darüber nach du schaffst das na los Nathan hab dich ja, natürlich er hat mich kein Problem ja echt kein Ding das war eng bei mir ich bleib bei dir ziemlich cool was ja, toll, toll hier durch direkt hinter dir da kommt ein Sprung ok ok durch die Mitte schön vorsichtig ganz vorsichtig das war klar ja ist das eine Sünde? ich glaube ja bereit hat's an? ja ja hau rein ok weiter So hoch kann ich nicht springen Und jetzt? Hey, was denn jetzt? Hey, was denn jetzt? hey soll denn das ach ok ok schön ausblick was nicht schlecht hast du schon mal hier oben kennst den weg oder mehr oder weniger naja klar warte hier und schau mir zu aha ok du schaffst das du schaffst das nate ok mach nur nicht zu viel nachdenken oh mist ach komm komm geschafft ja natürlich hier folge mir ja hau rein weißt du was so jetzt bist du mal dran echt ja echt ich folge dir dann so geht das nate ok dann mal los naja ok nach dir runter genau so und draußen ok sieh mal boah ein 250er 250 was redest du da nein das ist die 500 gb twin wie krass ja boah was für ne rennmaschine ich klauen ey du solltest wissen ich hab mich geändert ihr kauft von meinem schwer verdienten geld ja komm spring auf was so etwas machst du doch nur wenn du etwas gut machen willst du bist ein ziemlicher klugscheißer weißt du das mhm ok ich hab da diesen job gutes geld sehr gutes aber ich muss eine weile weg was ist eine weile für ein jahr höchstens ein jahr und dann bin ich ruckzuck wieder da ok du lässt mich hängen ach komm mach's nicht so dramatisch war's denn nicht schon genug mich da drin zu lassen wie kannst du mir das antun hey halt ich mach das für dich das geld das ich verdiene ist für uns beide und wenn du in ein paar jahren nimm mich doch mit äh ich komm selbst kaum über die runden ich kann helfen ich weiß du findest das waisenhaus beschissen wenn du wüsstest ja aber es ist für dich gerade das beste ok komm nimm ihn mit du musst mir jetzt einfach vertrauen das ist nicht fair hey das leben war noch nie fair zu uns aber wir sind noch da oder stimmt tja weißt du das motorrad war nicht die einzige überraschung und die nächste muss ich dir wohl verderben was ich hab mams kram gefunden alles was dad verkauft hat ich kenn den käufer sagst du mir das damit ich mich besser fühle nein ich schwöre es wo na am anderen ende der stadt wollen wir hinfahren und das holen du meinst still es ist nicht gestohlen wenn es uns sowieso gehört ich fürchte die polizei sieht das anders na dann lassen wir uns nicht erwischen wirst du bereit auf jeden auf jeden oh ja u w du es du 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 w du 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 Come here, come. Yeah. Yeah, that cook's there, huh? Come here. Was ist das denn? Okay. Geht's. Genau, auf dem Fußboden. Auch dafür nicht. Steh auf. Komm schon, steh auf. Einen schönen Traum. Schon gut. Langsam. Okay, kalmate.